Hallo zusammen, hier ist Joa Strassburg, eure Misser Schweiz 2013. Ich freue mich sehr, dass ich mit Plan Schweiz für eure Kampagne «Because I'm a Girl» meinen Einsatz bringen darf. Bitte helft auch ihr, mit diesem Projekt mitzuwirken, das euch sehr am Herzen liegt, zur Befreiung der Kamalari Mädchen in Nepal. Wir möchten Ihnen eine bessere Zukunft bieten. Und wenn auch du deinen Einsatz bringen möchtest, dann kannst du jetzt auf planschweiz.ch Informationen holen und auch mitwirken. Danke vielmals!